So, Minecraft Adventure Map, we are back. Ach, hello. Wir mussten eine Challenge überspringen, weil keiner von uns hinab geschafft hat. Es war so klar, dass du das sagst, aber ist nicht so. Ja, Nils hat es leider geschafft. Nein, nein. Nils hat es gemacht. Nein, der hat sich auch nicht gecheatet. Ich glaube, wenn man auf dem Bett landet. Ja, das steht auch mittlerweile. Ja, deswegen wollte ich es ja austesten. Bam. So, guck mal. Oh. Oh, shit. Das war ja recht. Warum hat er denn manchmal aufzunehmen? Oh, fuck dich. Sprint, was du immer durch? Ja, nee, mache ich nicht mehr. Dann hört er auf. Warum, Emil? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, klar. Ey, das ist verflucht. Beim Einflug hört auf zu sprinten. Oh, da ist er. Beim Damke, der jetzt war. Es springt nicht. Och, was ist das denn? Was? Was? Ich war da. Ich habe den einersprung verstanden oder zweiersprung. Ach, Mann. Was ist denn das? Jawohl. Jetzt noch nehme ich auch. Oh. Nicht machen. Jetzt hört doch auf, ich immer zu hauen. Ich habe auf Heespawn gespampt. Achso. Du hast bei mir gehauen. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Das ist so eh. Ach, Mann. Ach, Mann. Hui. Also, ein bisschen Scheibe kennt man aber schon wieder auf die Bettendammt. Ja. Ah! Oh, Mann. Ach, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Ist nicht noch mal die Challenge. Oh, Mann. Oh, Mann, ich hab's schon fast geschafft, ja. Ja, ich auch zweimal. Wo man abkürzen kann, ne, wie viele Blöcke sind das? Beim letzten Sprung, wo man abkürzen kann, dann bin ich halt noch einen weitergesprungen. Hab den halt verkackt. Ich bin auch einen weitergesprungen, einfach. Ich bin abgekürzt. Wie viele Sprünge sind das, wenn man abkürzt? Wie viele Blöcke? Zwei, drei? Ich kann's nur einen Einzeljump schaffen. Ohne Sprung ist er easy machbar. Und ich spritze und verkack den Sprung. Wie? Ich hab' einfach durchgesprungen, hab' den letzten noch mitgenommen. Der letzte ist ein großer, größerer auch noch, ne? Der Rest? Ja, ich bin durchgesprungen, hab' den letzten verkackt, weil ich nicht die Abkürzung gesehen hab, weil ich nach unten geguckt hab. Ich hab' die Abkürzung aber auch nicht. Letztes ein Vierer, ne? Ja, der ist halt nochmal richtig hart. Ja, unser Dreier und ein Hoch. Ja. Dauert noch Vierer. Ja. Aber einfacherer, wahrscheinlich. Ich will aber auch einfach durchgesprungen. Ich mach' einfach mal wieder Sprinten auf. Oh Mann, was ist denn das? Ich kann doch auch nichts für. Ah. Ey, das ist nicht mehr witzig. Schnell sie doch durch, du Penner. Weiß, Emil. Ah, ist ja die Challenge. Emil ist es geschafft. Aber Nils wird die hier wahrscheinlich auch aufgeben müssen, so wie die letzte. Oh Mann! Emil wollte ich mir aufnehmen, weil... ...heims unangenehm. Okay, ich doch nicht. Ey, weil Kelle und Nils das halt noch länger versuchen wollten. Und am Ende haben sie auch beide aufgegeben, also von daher. Nein, ich hab's geschafft. Nein, Nils hat's geschafft. Gerade so. Danke, Kelle, für die Ehrenbruder-Aktion. Kelle, kriegst du heute wieder eine Annal? Oder warum hast du das jetzt? Du warst verteilt. Hallo, ihr habt's auch markiert. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Die Moonlight, dancing in the Moonlight, everybody! Und da schau ich's auch nicht mehr. Schleck, ne? Ja. In the Moonlight... Ja, letzten... Da war ich zu nervös. Oh, ein bisschen weit. Ach, Bruder, mach doch nicht gehen. Let's set, mach nicht gehen. Piep, piep. Oder was war das? Ja, ja. Akku gleich leer. Ah, so. Ah, Mann, da hab ich ein Leck, da wurde ich zu nervös. Wie hast du geleckt? Nö, ja. Ach, come on. Ah, Stück da. Challenge ist nicht machbar. Nö. Ey, hör auf zu blockieren. Jungs, nicht blockieren. Hallo, ich guck doch springen. Ey, diese einfache Challenge, pack ich mir, aber die schwere, die schaff ich. Boah, hast du dann bitte schön ne schwere schon geschafft. Jetzt halt den Stabel. Der fackt mich auch ab. Das ist hier... Ja, die bouncen, Alter, das ist nervig. Nein, hier oben, wo man drauf spawnt. Ja. Da bist du mal nimmst so einen halben Block hoch und dann stammst du in den... Du hast keinen Anlauf. Nein, nicht gesprungen. Ja, easy nochmal geschafft. Kein Engfunking. Hier ist doch rückwärts. Boah, Emil, ich richte mich gerade aus. Lockiere mich doch nicht. Was willst du dich denn ausrichten? Der erstes Dreher, den kann man easy von sonst wo starten. Es hat nichts gemacht, ich bin gerade ausgelaufen, ohne zu jumpen. Oh, Mann. Uh. Uh. Sorry, Ernst. Oh, easy nochmal geschafft. Ey, also eben ist Kinder durch mich durchgeschworen. Ja, es tut mir leid. Ich habe vergessen, dass es Kollision ist. Ach, Mann, die Challenge ist jetzt nicht machbar. Das ist die physikalisch gesehen nicht. Ja. Ich habe sie zweimal geschafft. Tito. Nein, da... Ja. Ja, haben wir. Ich fahre jetzt nicht, die hat Autojump oder so an. Du hast aber Toren, du beim... Oh, Mann, dreier Spuren sind doch schwer. Mann. Mein Typ springt aber auch nicht immer. Mann, mein Essen versucht, Alter. Bin ich da diesen letzten Spruch... Oh. 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 Was ein Retard, ey. Oh, Mann. Oh, wie mein Mund wirklich immer weiter nach oben gefahren ist. Oder wenn er denn... Oh, jetzt hört er auf zu sprinten. Halt, heißt die Philippe. Planänderung. Oh, ho, ho, ho. Okay, geht's auf. Meine Letters ist, glaube ich, kaputt. Oh, hier ist der Stein, der steht Forever Alone. Das ist ja cute. Was steht da? Forever Alone. Der Stein. Trauer, smiley. Lol? What the fuck? Oh, Mann. Du, und jetzt. Habt ihr den Stein gesehen? Weißt du nicht, dass jeden Einzelnen nämlich noch schwieriger ist? Die Stein ist so schon schwer. Nein. Mann, Mann, die, der die ganz am Anfang. Die ist nicht machbar. Nee, geht nicht. Dann gib dir doch wieder auf. Dann hast du schon zwei aufgegeben. Nein. Und ich hab dich aufgegeben. Nein, das geht nicht. Nein. Das ist denn für ein Holzblock? Moi. Stripped. Was ist denn Stripped? Weiß nicht. Ich flue. Oh, leck. Spring doch, du Affenkopf. Äh? Äh? Wenn es drückt jetzt die neuen Planken? Nee, kann doch nicht wahr sein, oder? Nee. Er hört auf zu schrinken. Er hört auf zu schrinken. Er hört auf zu schrinken. Oh, gut. Sie haben mitten im Sprung der Leck. Nein, es ist... Jungs, nee, könnt ihr mir nicht erzählen. Ist nicht machbar. Ja, dann komm her, teleportier dich. Ey, nein. Es ist physikalisch gesehen unmöglich. Wie macht ihr das denn? Spring. Einfach springen. Nicht so. Im Einzelnen sowieso gar nicht. Ja, ich will ja nicht wegpuschen. Weil man kann ja Q gedrückt halten, dann droppt er die alle voll fast. Ja. War schon immer so gewesen. Das kann ich jetzt gerade. Oh, Mann, ich war der Fühl. Caps nicht sagen sollen. Und manche hätte mein Gedanke auch ganz woanders gehabt. So, Kuh, 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 achso. Oh, diese Kuru-Jumps. Ja, die bekommen auch nur, wenn du schifft das. Ja, das ist nichts nur als Ausrede. Der war einfach unfähig. Oh, ist das Spiel minimiert? Ja, Emil. Oh. Mann, gegen die Schiffe. Oh, Emil. Ich schifft wiederum zu früh. Komm, ich mach das ohne schiften. Oh, nicht gesprungen. Oh, wollte er zu gut sein in den letzten mitnehmen. Ich glaube, er muss einen Zeitraff einbauen. Nein! Oh, schon wieder am letzten gescheitert. Ach, der Vierer am Ende. Den man nicht mehr machen muss. Nein, der Dreier. Lass mich nicht schwer. Der Vierer am Ende. Nya, nya, nya. Oh, shit. Oh, man. Und die Katsch Philippe. Follte die meinen, bevor er server crasht. Das ist auch sehr demoralisiert, wenn ihr da einfach rumspielen könnt und eben die nächste Challenge schon wieder macht. What? Ich seh dich da rumhobsen. Ich steh auf dem Bett. Er hat Nadine jetzt die Challenge gemacht. Du bist eben rumgejobbte, irgendwie lüg nicht rum. Das schon wieder. Das ist halt so langweilig, wenn du es so lange an so einer Piss-Challenge hängst. Das ist keine Piss-Challenge. Das ist schwer. Das sind quasi, gefühlt sind das Einer Sprünge. Das, ja. Gefühlt muss man da gar nicht springen. Kannst einfach rüberlaufen, genau aus Recht. Aber mein Wichser, der springt auch nicht. Aber die nächste Adventure will ich ohne den Bot machen. Ey, ey. Oh, ich hab mich ins Bett gelegt. Das war dumm. Spawn ich jetzt? Äh, muss ich jetzt alle Fernsehs noch mal machen? Ja, alle. Warum hatte ich mir keine Kollision? Das ist ein Anfangsschutz. Auf real-real-real-schock. Wenn man im Creation-Modus ist, ist das noch einfacher. Nee, nix gesagt. Oh. Ausrechnen. Ein bisschen nach oben gucken. Moin. Mein Kiel-Jump nicht. Oh. Mann, ich weiß auch, ich hab, als wir die schon mal gespielt haben, hatte ich auch meine Probleme mit. Ein Eins-Durchführung kann ich nicht, müssen Pausen dazwischen sein. Pff. Ey, das ist nicht machbar. Okay, komm, pass auf. Die Konzentration. Ach, Mann. Emil, ich muss auch warten. Wirst du nicht? Ups. Ah, hat Netz gebracht. Nice, Kelle, jetzt hast du die Map kaputt gemacht. Was hat er gemacht? Wir müssen testen, ob das der Block ist. Der hat hier Dingens abgebaut. Ein Block. Wieso machst du das? Weil Kollege Emil hier wieder rumjumpt. Ich glaub nicht, dass der das ist. Ich glaub, der muss noch einen weiter nach rechts. Nee. Der muss noch einen weiter nach rechts. Sonst kommst du an den nächsten gar nicht ran. Ja, so kommt der, komm. Ey. Das sieht schon besser aus. Da ist ein Führersprung dazwischen. Oder ein Führersprung. Den mal nicht machen. Ey, das ist so ein unfriedeliges Gefühl, wenn du gegen den Stein springst. So gleich ein CSGO-Match. Das dauert hier scheinbar noch ein bisschen. Und jetzt hast du es noch vor, in den nächsten 15 Minuten zu schaffen. Sonst mach ich die Aufnahme aus. So, ich mach mir noch fünf Versuche. Eins. Er hat das Sprinten auf zwei. Ich möchte Leuchtsignale abfeuern. Oh Mann, ey. Hier nervt aber auch voll. Die ganze Zeit steht irgendwas im Chat. Oh Mann. So, letzter Versuch. Das ist ja auch ein Führersprung. Das ist ja auch ein Führersprung. Das ist ja auch ein Führersprung. Schon die zweite. Nein. Nein, nein, nein. Ich bin einfach ab dir übersprungen. Merkst du selbst, ne? Jeder hat einmal aufgegeben. Wer liegt denn da jetzt wieder nicht? Bin da. Xenix, mach auf Platz. Mich brauchst du nicht hauen. Aber du bist auf dem Game Mode. Sorry. Ah, der ist ein Assi-Leider-Sprung, ey. Leider sind doch easy. Xenix. Oah, der wurde ich geblockt. Bei Facebook? Von dir. Oah, was ist das denn für ein Sprung? Easy. Oah, ich hab wieder ein Easy-Leider-Sprung um die Ecke. Äh, ein Kniffiger. Ey, nix. Oah, ich sprich schon wieder nicht. Einfach nach vorne zu laufen, drehst du dich um und haust durch die Gegend. Oah, Aftlitsch. Och, Mann. Äh. Xenix. Alter. Xenix. Oleg. Danke, Mann. Alter, der Chat ist echt ein bisschen nervig. Oktions-Shet-Settings. 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 Oktions-Shettings. Oktions-Shettings. Wie hier? Jetzt bin ich wieder da, konzentrieren dich voll. Dann machen wir das mal eben... OOOOOH. Hab ich schon gesagt, denn ich hasse? Ich die auch... Oh Mann, der hier blockt immer irgendwas. Ja, was grün ist! Das blockt immer nicht, das gibt Anschwungen. das war jetzt die kriegserklärung ich komme nicht ran manche die schlacke der mir gehört die map hier einfach regelmäßig gehabt weil der staat der saug schon mal anders aus ich glaube nicht doch da war doch schon mal irgendwie war der schiff ja was lang ist alles rum ich bin aber auch ein schiff losgelassen runtergefallen den jetzig gemacht da komme ich nicht ran ich sehe nix äh gefühlt ist mein bildschirm zu klein du fühlst ihn hier zu viele menschen auf einer stelle alle drei sind gleich im spruch verkackt ja weil ich schon wieder irgendwo zur seite gedrückt worden bin ich wollte mich lustig machen, ich bin auch hinterher gesprungen